Ich hab schon gewusst, warum ich das drei gespüle, nehm ich es aufgespüle, weil du platzt mir die Bomben! Neues Spiel haben wir gesagt, Leute. Neues Spiel. Weil wir haben jetzt da die neue... Map? Aha. Oder auch nicht. Was? Ich hab doch durch Stealsier eine eigene Map gekriegt, oder? Warum ist der nicht da? Wo ist der bitte dabei? Ah, in Angels Shores ist das tatsächlich? Okay, dann spielen wir Neues Spiel in Angels Shores. Name des Unternehmens? Geh in... Jetzt kann ich nicht mehr schreien, oder was? Jawohl. Sorry. Geh... In... Spielmodus Karriere. Tutorial deaktiviert. Annehmen. Markry Reps. Was heißt denn Markry Reps? Okidoki. Verbindung zum Modi aktivieren. Pasture, Pasture Spiel mit den Mods fortsetzen. Diese Unternehmenseinstellung annehmen. Nehme ich. Ja, Full Map Extensions heißt nur, dass größer wird die Map. Jetzt musst du sie wieder freischalten, gell? Willkommen in der Karriere. Danke, danke, danke. Muss ich jetzt aber eh nicht wieder mit der alten quatschen, nein. Wie schaut die Map vielleicht jetzt aus? Aha, ist jetzt alles dabei anscheinend. Ich kann schon alles fahren, gell? Und wo ist die Erweiterung, wenn ich bitten darf? Ist der... Ist der... Naja, das war ja schon, oder? Ist das die Erweiterung? Hartzlquitt. Doch, gell, das ist die Erweiterung, oder? Super toll, ganz rechts. Das ist die Erweiterung. Ja, ihr habt's recht. Vorher ist sie mir da rüber gegangen. Genau, da ist es die Erweiterung. Cool. So, jetzt brauchen wir 800... Hä? Wieso hab ich jetzt so viel Kohle? Ja, Alter, da geht der Vater gleich Bus kaufen, da kennt er nichts. Ich muss wieder reinkommen, warte jetzt kurz. Da waren wir daheim. So. Ah, bin eh schon beim Busdepot. Also das ist mein Busdepot, ich muss jetzt zum Händler. Return the Sender. Wo ist mein Händler? Wo ist denn der, oder? Da ist der Händler. Schnellreise. Dankeschön. Ja, was soll ich mir noch? Es wäre ein Busseil bei 8000, oder muss ich dir wieder alle freischalten? Ich hab doch Karriere gewollt, wahrscheinlich muss ich erst alle freischalten, oder? Nö, sind alle frei? Ja, und wo ist denn den eigenen Bus? Da war so ein alter Schulbus dabei, oder? Den hätte ich gern gehabt. Äh. Kaufen wir uns einen Doppeldecker? Nein, brauchen wir nicht. Haben wir eh schon mal einen gehabt, oder? Nein, glaube ich nicht, gell? Haben wir gar nicht gehabt. Wo ist jetzt der Schulbus? Ah, der Schulbus kommt erst schnell im nächsten Monat. Okidoki. Leute, was für ein Bus kaufen? Thomas Uwersacki, danke für die 100 BDs. Was kaufen wir für einen? Ich bin voll überfordert. Johannes, wenn ich mir jetzt einen Doppeldecker kauf, dann bin ich ausgeprägt. Ja gut, gell von dem Doppeldecker. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Dann müssen wir eine gescheite Tour planen mit dem Doppeldecker, weil da müssen viele Leute mit. Wenn früh am Morgen 80 gesitzt sind. Nur 200 oder 380 KW, da wird ein wenig gleich wie anbombene Kuh, glaube ich. Aber ja, nehmen wir ihn halt. Euer Wunsch, der mir befehlt. Schauen wir ihn uns einmal an. Böbefein, böbefein. Sag her, die Riesenhäuser. Alter Schwede, da geht mir gleich achterl ab, Alter. Ich spier gleich mal auf dem Fußboden. Schaut euch der Gerät da an, Alter. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Der Gerät schneidet immer schweizfrei. Man sieht's, Alter, traumhaft. Alter Socken. Wenn ich da kontrollieren gehe, muss man es ja auffüge. Alter, was tatsch man auch? Wobei ich schon gerne mal da sitzen würde, wenn der Kollege für mich fährt, weil ich wieder zu faul bin. Warum ist da Burgerwerbung, Alter? Ich sag, ich muss wieder ein bisschen auf die Ernährung achten. Und das Spiel f***t mir richtig in den H*** und haut mir Burgerwerbung vor die Schnauzen. Nein, feier ich richtig, Alter. Auweh. Kaffee, okay. Aber dem Bullshit hätte es sein müssen. Mehr wie 300 PS. Was sind denn? Warte mal. ABS sind ja 1,36... Äh, AKW sind ja 1,36 PS, oder? Demnach sind 283 PS ja tatsächlich... AKW ja tatsächlich, glaube ich... Ja, kannst du sagen 350 PS oder so? Ich muss mal schauen, ob meine ganzen Einstellungen vom Lenkrad Lehner passen, ob sich da eh nichts geändert hat. Wie kann ich noch schnell... Hä? Wie war das? Wie war das? Achso. Passt das alles noch? Jawoll! Jaaa! Nein, das wollte ich gar nicht. Warte mal. Wo war... hä? Nein, das war jetzt noch die Rampen. Wie kalt noch schnell. Ach, sowas. Genau. Passt. Gehen wir Gas! Was ist denn? Feststellbremse. Genau. Wo oben? Da ist schon wieder... Leute, wo oben die Feststellbremse? Das war Licht. Das war das andere Licht. Das war wieder Licht. Innenlicht. Alter, was war... Alter, wo habe ich das alles eingestellt? Äh... Servus, MK Player. Wo habe ich denn meine Feststellbremsen gehabt? Da? Nein. Blinker. Ah ja, Blinker rechts. Blinker links. Warnblinker. Scheibenwischer. Ja, das haben wir jetzt eh schon. Wo ist denn mein... Da? Ah! Ich habe es schon gefunden. Das sage ich ja. Mit einer unter dem Schwab. Auf zu wischen, Deputy! Da? Jawohl, Alter. Da geht es ja schon viel ab, die Lucifer. Schaut euch da hinten an! Dann... Schauen wir mal, wie gut das Leinkradl da funktioniert, Alter. Slalom, Baby! Slalom! Da hinten ist ja der Parcours. Wartet, jetzt müssen wir ein bisschen... Auweh! Schon in Ersten schon. Alter, und schon 900 Schaden. Nicht einmal noch kauft die Hütten, Alter. Achtung! Ja, jetzt schauen wir mal. Omi! Rechts! Links! Geht Arsch! Ich habe kein einziges Hütterl erwischt, oder? Habe ich ein Hütterl erwischt? Oh weh! Oh weh! Ah! Nein! Schaut euch das an! Wie ein Profi! Für die Leute, die es nicht wissen. Die Hütterl sind nicht betoniert. Man kann es auch so fahren. Nur, dass ihr es wisst. Ich bin der Fuhle-Profi! Schaut euch das an! Schaut euch das an! So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Na, Servus! Grüße aus Bayern! GFXL 3 Karton! Ja, grüß ich mein Freund! Hä! 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 Fuhle der Cheat, Alter! Okay, ich habe nichts gesagt. Wahrscheinlich habe ich alles niedergemacht. Habe ich mit 350 PS aber dann gut geschätzt. So! Jetzt müssen wir den Wichsen kaufen. Und dann müssen wir unsere Tour einplanen. Denn was natürlich... Ihr wisst ja. Ich habe lieber die ländliche Gegend. Ich muss nicht die ganze Zeit in der Stadt alle zwei Meter steil bleiben. Da wäre ich nur nervös. Nein! Ich mag gerne ein bisschen Wald, ein paar Fichten, ein paar Tangen zapfen. Bleib steil! Ja! Gekauft! Reduzieren, was? Unternehmensguthaben. Oh, yeah! Return center! Hey! Wir steigen jetzt kurz raus. In der Mitte kommt unser Bus auf die Tour. Bleibst du steil? Warte mal, ich warte nicht so schnell. Verlasse die Fahrkabine. Habe ich vorgehabt. Aber ich weiß schon wieder nicht wie. Ähm. Hallo? Was war? Schließ alle Bustüren um. Was habe ich jetzt schon wieder? Alter, ich bin so. So, jetzt. Ja, genau. Wir haben es. Ich muss auch wieder reinkommen. Was machen die mit den Mädels? LMA- was? Mädels? Was willst du mit Mädels? Ist denn, wann ist denn die Ausfahrt so trägig? Weil dann haben wir eine upgrade gekriegt. Servus, Leon Schmidt! So. Gehen wir eine Tour planen? Wo fahren wir hin? Weil ich hätte gesagt, mit der Kirchen ums Kreuz. Wäre ja gescheiter gewesen, gell? Unsere erste Halteposition ist ja da. Die Nummer 1. So, genau. Eins. Perfekt. Zwei. Die Mischung macht das Gift, Leute. Die Mischung macht das Gift. Oha. Oha. Das gefällt mir schon. Oha. I-hi. I-hi. Da kann man dann alles über die Autobahn durchglühen. Das wäre aber auch schon geil. Wartet jetzt mal. Das machen wir. Das machen wir. Schaut her. Also eins. Mal ein paar Leute einsteigen. Ganz wichtig. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Irgendwie da auf die Autobahn, oder? Sechs. Warte, da jetzt nicht durchgehen auf die Autobahn. Jawohl. Sechs. Sieben. Ochte. Neine. Ich brauche zwölfe. Scheiße. Was tue ich? Ist sie jetzt weg oder nicht? Jetzt. Also. Fünfe. Zwölfe. Perfekt. Perfekt. Was? Also den wollte ich jetzt wieder auch nicht. Wo ist der jetzt da drin? Dreizehn. Warum dreizehn? Hä? Also nein. Passt eh. Passt eh. Passt eh. Passt eh. Okay. Änderung übernehmen. Ja. So. Jetzt müssen wir diese ganze Säße auch noch eins teilen. Wir müssen zwischendrin ein bisschen Zeit einplanen, weil da fährst schon, wękerl. Und das sollt so passen. Vollzeitfahrzeug. Bam, alter. Okay, passt. Haben wir richtig gemacht. Und jetzt? Jetzt fahren. Jawohl. Haben wir alles eingestellt? Ich weiß ja, was ich willst, Leute. Ich weiß ja, was ich willst. Was haben wir jetzt schon? Leute, seitdem ich deine Lives gucke, geht es mir richtig gut, Knorke. Na Gott sei Dank. Das ist ja der Sinn der Sache. Ist Schmär soweit? Der Straubi, was? Ist Schmär soweit? Was ist Schmär soweit? Bis die erste Brücke kommt, dann ist es ein Single-Decker. Leute, wie geht es euch? Mega-Gamer, grüß Sie. 217, lass ich gelten, lass ich gelten. So, also. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich die Handbremsen angezogen habe. Nein. Da. Ah, Mann, Alter. Geh weg, Alter, du grüner Kobold. Wir müssen nach rechts. Hey, Leute, ich schaue nicht, gell? Ich sage es euch gleich. Der stärkere Gewink. Jawohl. Und wir starten die Tour, meine Damen und Herren. Und wir haben nur noch 35 Sekunden. Es fängt ja schon mal richtig geil an. Und wir haben schon den ersten Stau. Nein, ich habe keine Zeit. Ich will nicht an meinen ersten Tag schon zu spät kommen, Leute. Tut mir leid für euch. Ich will ihn gerade zurückhalten. Jetzt komme ich. Ke sera, sera, wherever you see. Und weiter kann ich es nicht. Rechts halte Versicherung. So ist es. Links vor rechts. Rechts vor links. So. Wie weit muss ich fahren? War einer da fahren mit deiner Möchtegern. Kein Wetter oder was das sein soll. Hörst du, Alter? Du bist da bohnt schon. Scheiße. Und schon schon. Und schon tausend schon. Die Doppeldecker sind echt teuer. Was? Rote Ampel gehen Arsch. Ich habe da nicht auch eine Ampel gesehen. Blitzer. Nein, der hat mich nicht geblitzt. Wenigstens was. Ach so. Da darf ich sowieso mein Gehl flitzen. Lies die Nachricht von der echten Terex. Was hat er geschrieben? Bitte ist die Nachricht von der... Was ist denn passiert, Alter, Leute? Ich meine... Soll ich spielen oder um was geht es jetzt schon wieder? Sehr. Ich bin nur kurz da, weil ich dich auf TikTok markiert habe. Hat wieder wer dein Content benutzt und ist damit viral gegangen. Lass mich einmal raten. Du hast mich genau... Aber ich schaue jetzt kurz. Und ich gehe einmal davon aus, dass du mich auf das Video markiert hast, was ich eh schon kenne. Aber ich schaue halt schnell. Alle Aktivitäten, Erwähnungen. Wenn du vielleicht durchschaust, habe ich auf das Video sogar kommentiert. Seht ihr das? My cry. Aber danke. Ich bin nämlich schon zigmal drauf markiert worden. Dadurch stehe ich eh drinnen. Leute, ihr markiert es mich immer auf das gleiche Video. Das ist ein amerikanischer Ding. Du musst halt durchbladen. Nein, das weiß ich schon. Ich fahre es noch keine fünf Minuten. Das ist schon viel unterhaltsam. So. Also. Meine sehr verehrten Zuseher und vielleicht irgendwann einmal Fahrgäste. Ich habe gesehen, dass der eine Lieblings-Busfahrstreamer von Deutschland tatsächlich von einer Busfahrschule eingerannt worden ist, dass er in real life einmal einen Bus fahren hat dürfen. Also da wäre er dabei. Da wäre er dabei, wenn sie mich einladen. Großhast 54, schnell. Das weiß ich. Alter, aber voll. Warum? Wieso muss ich als erstes zur neunten... Seid ihr deppert? Seid ihr das da unten? Er führt mich als erstes zur neunten Haltestell. Wisst ihr, wann ich dort bin, oder? Was denn das für ein Bullshit? Na, Mahlzeit. Ich habe nicht einmal noch Fahrgäste mit. Ich bin Spider-Terex. Aka, Toxic, servus. Jetzt geht doch, ich brunzen mit so einer Bushaltestell, wo die Leute eigentlich nur aussteigen. Nicht schlecht. Taukt mir. Wollte ich immer schon mal. Wollte ich weder mich nicht mehr gegrüßt. Avenger, servus. Hör auf zu mir an, Mann, Alter. Wollt ihr, dass ich spüre, oder dass ich nur zuerst Chatting mache? Michael Black, servus. Wenn ich reinschaue, dann grüße ich... Eeeeee... 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 Jetzt geht's der Wischi nimmer. Servus, wie geht's, mein Backup-Mod... Ach so. Leerfahrten sind die besten Fahrten. Ja, da ist die Ruhe, gell. Da geht ja keiner im Zuz. Seelig guten Abend, die Dame. Na, Ramona, bist du noch da, oder ist dir das schon wieder als der Busfahrt... Busfahrt jetzt, Alter? Hallo? Hat wer Wattestäbchen auf die Straßen geschmissen, dass sie mich ausbremst hat? Was hat mich da jetzt ausbremst? Ich komm ja niemals zum Ziel. Drei Minuten schon im Minus, geht's in Arsch. Erster Tag, Kündigung. Halt's spät dran. Ich brauch nur einen Kaffee, Alter. Halt's spät dran. Was hab ich denn jetzt schon wieder? Was für ein scheiß Hindernis? Ich war auf der Straße, wo war denn nur Hindernis? Ist mein Schmetterlieger an die Scheiben klatscht, oder was? Hab ich das für ein 1200 Euro schon? Was war denn da bitte ein Hindernis? Ich hab schon gewusst, warum ich das dreig spiel. Nämmer so oft spiel. Weil da platzen mir die Pumpen. Und Scheiß bin ich aufgefahren, Alter. Welche Kripsen? Leute, ich war gestern regelrecht enttäuscht. Fünf Krips im ganzen Horror-Stream? Wollt ihr mich verarschen? Was war das jetzt die falsche? Ich bin verkackt, ja. War das jetzt die falsche Schaltestell? Was soll ich bei der drüber reinleicht machen? Bist du ganz dicht? Da ist ja nicht einmal wer, Alter. Was soll ich da? Was soll ich bei der drüber reinleicht stellen, Alter? Jetzt will ich, dass ich umdrehe. Sag einmal. Nein, will ich nicht. Was soll ich da drüben tun? Das ist die falsche Richtung. Oh. Geh weg da hinten, Alter. Geh weg mit deinen 400 Euro schon. Dein Auto ist mehr Plastik, Alter, wie das Geschirr beim Necki. Was wüsst man? Jetzt geh ich jetzt wieder alle. Jetzt fahr ich extra hin, trieb ich euch deppen. Und dann geht's wieder alle. Haben wir keine Geduld mehr, oder was? Ihr könnt mal Schuhe draufblasen. Was? Schon wieder an Reparatur. Geht doch aufs Scheitner. Alter, ich hasse dieses Spiel. Ja, Mirka, das hat schon passt. Der will, dass ich bei die falschen Haltestellen steig bleib, was denn da die Logik? Soll ich den Gangverkehr reinfahren, oder was? Aber die Strecken ist geil. Tunnel, Berge, wunderschön. Gefällt mir. Der Grand Canyon. So Mädels, hab ich euch schon verscheucht. Die Ramona ist, glaube ich, fuhrt, gell? Kaiser Schmoren, servus. Au weh. Hat schon wieder gescheppert. Hörst du, bis du eppert, da hat es gescheppert. Taus. Oh, ich hab gleich kein Geld mehr. Mir wurscht. Jetzt können sie mir mal anschlecken, Alter. Dann sollen sie sich gleich zur richtigen hinstellen. Knorke ist noch da, Knorke. Schon heut. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch der kleine, dicke mag, weil ich möchte gern in einem Bus drin sein. Ich bin auch noch da. Kehrst du? Ach so, wieso? Ja, weil du noch immer hoffst, dass ich mich auf einen Massen- mit dir und deiner Cousine einlasse. Kaffee. Kaffee. So, Kinder, jetzt stehe ich da. Und wenn jetzt keine Leute zustehen, verliere ich meine Geduld. Einer da jetzt, aber Hurtig. Jawohl, wir haben endlich einmal Fahrgäste und sind sieben Minuten gespät. Wieso steigen die alle nur hinten? Die Aussicht von meinem Balkon geht weiter! Musst du mir jetzt sagen, ich bin mein Zweihansel da her. Nicht der Cousine. Machst du es? Schwierig. 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 So, passt. Vier Leute, hat sich ausgezahlt. Ich bin schon jetzt deppert fürs ganze Spiel. Hallo? Jawohl, geht eh. Jawohl. Meine sehr verehrten Fahrgäste, meine Damen und Herren, liebe Schwarzfahrer, Damen habe ich auch keine gesehen. Du geile Butterblume, du Schöne! Alles verhaut. Alles verhaut. Alles verhaut. Dann machen wir es halt nicht. Wenn du es nicht willst, dann mache ich halt keine Ansage. Mir ist auch wurscht. Weiter geht die wilde Fahrt. Feliz Navidad. Wieso geht eh einfach? Was geht einfach, Kehrst du dir vor? Schwierig. Schwierig, weil ich nicht mit zwei vergebene Frauen sch***en möchte. Sorry, Mario Puh. Du hast jetzt weniger das Problem, sondern der... Aber danke für dein Abo. War eh die falsche Stimme. Das hat nicht so ganz hingehaut. Das war die richtige Stimme. Ach ja, recht hast du. Das weiß ich. Was hab ich jetzt? Was hab ich jetzt? Was ist da passiert? Wer kackt mir an den Bus? Was? Hä? Hallo? Alter, gib ihm auch gerade einen Bus, wenn du wissen willst, wie die Welt untergeht. Alter, mach einfach. Alter, was ist denn, Alter? Hallo? Beweg deinen fetten, unrasierten Arsch aus, ey! Geil, jetzt rauszeln. Geil, jetzt rauszeln. Geil, mach das Bumm. Geil, bin ich weg vom Fenster. Was passiert da? Wie kann man noch schnell den Bus resetten? Irgendwie geht das ja, oder? Was? Irgendwer noch, wie in meinem Bus. Er hängt nicht einmal. Schaut sie mal. Da sehe ich sogar an der Kamera. Wie kann man den Bus resetten? Er büht sich jetzt ja auch, dass ein Tier offen ist. Und ich kann nicht aussteigen. Ich hab gerade in fullem Brain Hack drinnen. Ich stehe offiziell, aber er steht nicht auf. Schaut's! Ja, wie kann man... Leute, ihr wisst es da. Wie kann ich den Resetten? Irgendwie geht das ja. Oh, es gibt gar keinen Grund, dass er einkt, der Tudl. Bitte schließ die Tür. Was für die... Ah, ja. Ich hab mal... F4, der Tag gehört dir. Ja, genau. Ja, genau. Wie geht das noch schnell? Ich muss den scheiß Bus doch irgendwie... Ja, ich krieg schon... Geht ja eh! Also. Nichts passiert. Weiter geht die wilde Fahrt. Bitte, was regt ihr euch alle so auf? Pippe einfach. Neun Minuten im Minus. Die Leute sind zufrieden. So ist das halt in der deutschen Bahn. ÖAMTC in Amerika. Ja, das fängt schon wieder gut aus. Es fängt schon wieder gut aus. Ich muss ein bisschen lauter schalten. Die Tudeln hinten rennen schon wieder scheiße. Immer vier Opfen mit und da können die Schnattern nicht halten. Hört ihr das, was die da bleibt? Ne, das sind ein bisschen... Wenn zwei Leute bleib ich steu. Wo sind die Zeiten hier, wo der Bus noch früh geworden ist? Ja, zu spät! Auch was du mir nicht dazu hast! Wisst ihr... Alter, hat euch der Blitz gestraft? Eine Fahrkarte! Was? Jawohl. Seniorenkarten kriegst du. Einfache, natürlich. Ausdrucken, da hast du. Null, passt, geh weiter. Nobär, nix. Feier ist oben gefallen. Hilfe! Es brennt gleich! Du hast mich nicht hingefallen. Du hast mich hingefallen. Feier hin! Hilfe! Hilfe! Es ist genau unter... F***, Alter, man mischt. Kaffee, brauche ich gleich an. Robert, Alter, ich bin noch keine zwei Minuten, dass ich gescheit leid in meinem Bus habe. Also, nicht ungeduldig werden. Jawohl! Schaut, so geht das halt auch. Rechts. Hey, Alter, bleib steu, die Eppertau, wenn ich gerade rumfahre. Kontrollieren musst du auch. Ja, jetzt muss ich mal gar nichts in der Runde. Schau mal, was ich schon für Minuszeit habe. Ihr seht das links da, bei dem nächsten Halt. Minus 9 Minuten, 55. Ich kontrolliere nichts. Ich will die Tour eigentlich von vorn starten und nicht mittendrin. Aber ich weiß ja nicht, was sich spült, aber ich gedacht hat. So, Leute, dann geht's auf Zeiten, Alter. Meine Bremsen sind hin. Geht's auf Zeiten? Nein! Oh, weh. 1400 Eier, Alter. Wie ein bisschen Holz. Sind sie ja deppert? Leute, das Problem ist beim Doppeldecker, wir hören die Leute halt nicht viel, weil sie alle hier umsitzen, ne? Soll ich da Straßenbahn auch fahren, weil da Schienen sind? Schaut mir ganz verdächtig da noch aus. So. Aus, sie, einer. Weiter geht's. Ist ja nur Blechschauen, Alter. Wer hat mich jetzt angehobt? Wer hat mich da? Wer hat mich da, Alter? Wer? Wo? Wo ist da wer? Was ist denn, deppert er? Geht's dir nicht gut? Was steht... Alter, die Tieren waren gerade offen. Was steht's denn da so deppert? Willst du mich verarschen? Hi. Alter, sind wir auf den Front mit den Leuten was? Ich bin eingeschlafen. Wo ist wieder hergefahren? Wo ist denn der? Geh'n Arsch, Alter. Nein, vorweg. Haha. Sind wir auf den Front mit den Leuten was? Was ist denn da? Geist? Ja, das weiß ich. Geist in dein Kopf, Alter. Der hat da ordentliche Brezen rein gebuttet, Alter. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Was tätschen kannst du gerne haben, Alter. Stell dich hinter. Ich fötze die Täter da. Mir ist das wurscht. Wieder eins, vierzig. Weiter, geh! Super. Wer ist denn das selber da witzige Kaspern da? Wieder einer von den sieben Zweitbesten. Ah, da hätten wir links gewesen. Ja, locker. Hey, Alter! Da fahren jetzt Trucks mit Holzladungen umeinander, was das auch immer bringen soll. Aber ja, Optik. Vorher hat sich keine LKWs gegeben. Links. Da sind aber fix. Das wird fixer Straßenbau. Alter. Halt die Gauschen. Das war jetzt nicht schön. Zu was für einer ist jetzt mein Bushaltestell, wenn ich mal kurz fragen darf. Aha, eh doch. Du kannst sogar mit der Straßenbahn mitfahren, echt? Cool, da haben sie wirklich einiges reingemacht. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop. We gonna drop. Vielen Dank.